Komm schon, hey. Kann ich hier hoch? Kann ich hier hoch? Hallo, lass mich hier drauf. Ha, ich bin auf dem Dach, hey. Ah, meine Magazine sind alle. Da-bam, 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 Alter. Jetzt stirb doch mal. Wo ist die Ampulle? Da ist die Ampulle. Gib mir die Ampulle da an. Geschenk, Bok. Muss das doch irgendwie in Schalter gehen oder so? Ich will Revolver-Munition. Müssen wir hier lang? Da, ja, ich will. Nö. Das ist eine Mission, schön. Hä? Hä? Das Tor muss doch irgendwie aufgehen. Wir müssen da gar nicht lang. Oh. Wir müssen hier vielleicht lang. Wo bin ich denn jetzt? Ist das aber zu. Bin ich hier richtig? Oh, hallo, Reiber. Oh, oh, Schläger. Nein. Na, noch immer, Moni ist gleich leer. Ich renne zu dir. Bist du da unten? Ja, nein. Tatsache. Alter, wie viele um die rum sind. Ja, und jetzt laufen sie weg. Komm, Spaß, was machst du hier unten? Alter. Da ist einer fast tot. Schaffst du ihn? Da ist noch einer. Oh, los, Schläger, Schläger, Alter. Ich schlag den ins Gesicht, Junge. Noch ein Schläger? Fuck. Hast du den? Ja, den hast du. Jo, jo. Alter. Geht mal alle weg. Fick dich, Mann. Hä? Sicher. Jetzt kommt auch her. Hallo. 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 Ich hab nicht weiß, der Lied. Gibt es doch nicht. Gibt es doch nicht. Nein, nicht, der Lied. Aber er hat so wenig Leben. Ja, ich singe. Tote. 1300, muss ich bezahlen. Das geht noch. Sieh, wenigstens irgendwo auf Waffenkiste. Ich meine hier, hier Automat. So, wieso war ich jetzt hier unten? Hier ist gar nichts. Kann doch nicht wahr sein. Hier hinten vielleicht? Nö. Nein, nicht fallen. Boah. Hä? Was war das denn jetzt? Komisch. Keine Munition für die Sniper. Wir müssen irgendwie hier lang. Geht doch. Hier sind auch wieder ein paar... Nein, ich wollte nicht runter. Oh, greifen wir einfach Munition. Nein. Nein. Nachladen. Nee, ich töte ihn mit dem Tod. Schatz, 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 nee, warte. Ich mach das lieber. Na gut. Boah. Oh man, das ist eigentlich ganz gut. Jo. Verpässt dich. Noch mehr. Echt jetzt? Jo. Ich sterbe. Da. Hinter mir. Ja, sicher. Wie? Alter. Einfach wegbäschen. nein nein alter rocket launcher wie viel schaden macht einer meiner macht weniger schaden 60 nehmen feier ist schalter ja ich nehme den mal kommen wir drauf warte ich pack dann hier was weg die blastsniper nein nein das waffenautomat hier kann man sich money kaufen das heißt wir sind glaube ich weiter moment 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 hier nein inventar voll jahr ist okay aber ich will ich will hier doch nur was wegwerfen schmeißt du deinen alten block launch raus warte 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 nee nee halt was habe ich jetzt gemacht was habe ich gemacht der kommt dahin dieser niedler wird weggeworfen die nämlich mit den rocket launcher nämlich mit so jetzt falsch 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 wieder reinkommen nach da ich habe ich kann ich habe keine ahnung ob wir gehen müssen aber hier geht's hoch also denke ich mal schon ich denke schon ja guck mal hier kann man sich immer nie kaufen das kommt jetzt gut das nein falsch nein doch 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 richtig ich brauche ich nicht eure revolver der war ganz viel wollen wir machen wir voll und ich brauche ich brauche nicht raketen habe ich schon shotgun munition habe ich auch voll ach so klassenmord ich wundere mich schon was ist das sind ja so da toll ich glaube ich das war die die ich gerade aufgehoben habe glaube ich ich muss mal gucken hohe kapazität vergleichen mit meinem schild wo ist mein schild das habe ich eben aufgehoben ein schild das geiler transversion das habe ich aufgehoben verkaufen bauen die bauern 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 die klebe ist aber besser kaufen verkaufen hier verkaufen mit alle scheiße verkaufen was nicht ganz voll noch mal was kann ich den verkaufen näher noch nicht schien pistole kann weg was das versions granaten kosten den feinen gesundheit und und heilen dich kaufe ich der satz sniper kaufe ich dieses granaten abkaufe ich ausgerüstet habe ich diese die schuld kann wie geil ist das denn ich renne hier einfach mal weiter ich glaube wir sind gleich da ihr seht irgendwie so ein bisschen so aus es darf uns nicht berühren das fiege ja warte 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 terrible weg wie peter weg so jetzt ich gelenkst du gehst recht gut aber bisher ich habe angst was kommt denn jetzt wieder für ein dick alter ach du scheiße ich will weg ich will weg alter ich will hier nicht sein ihr seid was you guys are friends weil das was tot der ist was tot das kann doch nicht bitte fängt ja erst mal mega nur ich an und jetzt ich verstehe sich moment der komische hammer hier wo ist es kieler band geht er dich ich muss mindestens level 19 alter die weg wo bist du da bist du okay ich sag mal wer greift mich an hier das ja komm schon bin ich bin ich jetzt sicher noch ein bisschen noch ein bisschen noch ein bisschen haben wir den 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 haben wir komm schon geschützt von jan mach ihn da und mal den haben wir jawohl also näh näh nén so ich dachte schon ist das die waffenkiste hinter dir ist das die waffenkiste hinter dir ist das die waffenkiste hinter dir ich weiß nicht ich habe mich überhaupt noch nicht umgeguckt du bist alter sicher du kriegst oder ja hier ist der waffenkiste oder oder tatsachen was hast du achte fakt achte das artefakt müssen wir einsammeln ach so ja stimmt guck mal hier ist ein thron er wieder drauf aber dann auch ich schaue ich schaue das ist ein revolver na der ist nicht gut warte moment habe ich gerade die waffe von ihm aufgurten hoch 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 mit jedem 50 mal 11 die schadte ja plus so plus 150 prozent nachkampfschaden plus hundert sechs prozent schaden plus 10 pro 10.000 prozent feuerstoß anzahl also nehme ich doch mit ich wollte keine werfe aufheben und jedes eridianische artefakt gehört atlas und hier ist noch eine piste ich bringe ich in die lava nein ich fahre sie auf sich am nächsten land aus der poste zu stellen und alle etwaigen informationen oder artefakt zu übergeben betrachten sie dies als erstes und letzte warnung als maul genau halt deine fresse ich habe gar nichts zu sagen wo bin ich jetzt hier geht es nach unten müssen wir sind ganz wieder zurück ja alter kann doch nicht wahr sein abkürzung ich sehe auf der web ist das hier nicht ist das hier nicht eine abkürzung wo über die dächer wenn man gleich irgendwo runterspringt wie ein assassine ja holst du dir eigentlich erst das ist ein screed bekomme ich bekomme ich bekomme ich zum zu ich freue mich ich frage sie in meiner klasse ja bekomme ich zu weihnachten bekomme ich zu weihnachten bekomme ich zu weihnachten bekomme zu weihnachten alle bekommen es ich will es gar nicht du willst es gar nicht weil ich will es nicht ich finde das so geil ich habe es ist es kriegt nie gemacht nicht wirklich ja ist auch geschmackssache ja hier sind waffenküste ich bin ich bin glaube ich der einzige mensch auf diesem planeten das ist das nicht wirklich mag glaube ich nicht einer aus meiner klasse zum beispiel der kennt sich überhaupt nicht aus mit allgemein also mit zocken allgemein ja der hat gesagt ja ich kaufe mir vielleicht ich habe so gelacht hat das ok meiner shotgun haut ein bisschen rein die schießt in sind zweimal und ja dann ja dann bin ich nicht mehr schuld warte verschließt nicht ja noch ich will das ich will noch mal ausprobieren da hinten eine ja da oben und treffe ich sowieso nicht haben wir hier noch was glaube ich nicht könnten wir die arena vielleicht dieser waffen schaffen ich will sich ausprobieren aber wir haben jetzt keine andere quest mehr obwohl das projekt ist das brech ist vielleicht kriegen wir ja was schickes neues die verführung ist ja und sie ist mächtig ich dachte wir kommen wir bekommen hier jetzt von diesem typen den revolver du mit einem revolver immer das macht er so zifferlich der ist richtig geil der ist richtig hammer gegen so ein paar kisten und problem kinderserie um volle fahrt keine vielleicht ist es ist es ist es heute so eine badewanne liegt einfach so einmal fange ich an zu singen kz kratz das haben wir so gerne geguckt das haben wir gesucht das war ja boah das ist das auch verdammt lange ja schon sagt noch einmal so plant hier im keller abends immer wie war glaube ich war das nur angemacht und ja gewartet ist es gab und jetzt ist weg ja naja es gucken die kinder von heute nur noch frau und tausch als ich tv und so schweiz und natürlich spongebob was immer noch da ist ich mache die ganze folgen jetzt eigentlich nicht mehr die auch nicht heute war sie meine schwester guckt das ja immer noch und schwarzes brett da war also die stimmen sind irgendwie ganz anders und fällt einem überhaupt nicht mehr liegt auch wahrscheinlich daran dass ich schon längst aus dem alter aus bin kennst du creepypasta creepypasta ja gar nichts worte ist es ist der doktor oder was ja das sind solche horrorgeschichten es gibt seine seite creepypasta da werden halt horrorgeschichten erzählt hat so bekomme was wir haben ein klassenmark bekommen sie sind preiser aus firestone und ich will da wären werden so horrorgeschichten erzählt das und kippt labber schneller so jetzt noch mal wasser es gibt so eine seite im internet da wird nur horrorgeschichte erzählt es gibt einen deutschen player der zählt die halt so finde ich halt recht geil es gibt auch eine spa geschichte sich tadeos selber umbringt also ich fand ich von abgesehen davon dass ich auf meinem headset jeden einzelnen pups höre und dann einfach du hörst diesen erzähler fast gar nicht du machst deine boxen ganz laut dann an einer stelle sagt der erzähler und dann hat tadeos waffe genommen und sich erschossen ich dachte jetzt lädt er so da schießt genau also das sagte boom richtig laut ich bin aufgesprungen und habe herze fakt bekommen man oder es ist es gibt doch eine stelle wenn du die wenn du keinen kein headset hast hörst du das kaum ja es gibt eine stelle das ist das da sagt erzähl also ja jetzt hat er auf seinem bett und weint dann sitzt also auf sein bett und ja macht die ganze zeit sondern denkst du bist verrückt du hörst ganz leise der typ erzählt so du hast ganz leise wieder der ist auf seinem bett zu sitzen drum jammert dann muss ich mir mal angucken aber ist sehr interessant das ist richtig geil muss ich sagen guckst du eigentlich worin dead du fährst du mal so ne ach ich war das noch aufgefallen ich habe gehört das war richtig geil sein aber irgendwie ja ich habe gestern damit angefangen die erste stelle habe ich geguckt mit ein paar freunden und ich muss sagen das ist echt richtig geil ja ich habe eine folge guckt ich finde auch ich finde es auch richtig haben aber ich habe irgendwie nicht die lust weiter zu gucken ich weiß nicht wirklich die zeit bei mir geht es gerade englisch erst mal vorbei wir wollten eigentlich demnächst mathe beschreiben unsere mathe lehrer war jetzt drei wochen nicht da das können wir gar nicht ich glaube hier nicht warte doch passt mit klappt wissen wo machen wir ist eigentlich noch die arena oder fahren wir um um Estelle vor Ort hat 9 nach oben als ich Frau da hat er hat wird er hat er hat er wird so ich habe es ist es aber so Zeit im Zeitungsartikel Karlsson oder Ukraine oder irgendwie sowas und das war schon das war schon verboten aber er ist die Homosexualität steigern soll genau warte wie geht man nochmal nächstes Level wie habe ich das denn geschafft ich bin runtergefallen und jetzt steht da nächstes Level guck mal was ich kann man muss das fahren so das kam jetzt geil warte wie gebe ich nochmal ganz viel Gas mit X F ach F war das steckt doch nicht ich haste das mit der Maus mit F nicht daneben nicht daneben komm schon knapp knapp mit Kredgep gesprochen man muss die Areda versuchen stimmt das wollen wir machen äh da na wirst du fast da noch ein bisschen nach vorne und dann noch links wo jetzt äh andere Richtung andere Richtung jetzt zurück hier dann so ist das überhaupt ja so passt so passt ja so